Liebe Freunde des ökentages, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty, Black Ops 3 Und ich spiele heute mit dem Curry, hallo Curry Hallo, ich habe heute eine Funktion, nicht so wie im Livestream, ich darf heute aktiv dabei sein, ich freue mich Und aktiv, ne? Ich bin heute aktiv Ja, wir können ja mal den Modus, ähm, äh, entweder Team Deathmatch oder was, Sprengkommando Ich habe früher immer, als ich so ein COD-Suchti war, ne, der kleine Kevin, früher, da habe ich immer Suchen und Zerstören gespielt Kein Wiedereinstieg, warum? Aber das Problem, ja, du hast nur ein Leben Das ist für Dennis natürlich nicht gut Dann lass doch einmal Herrschaft spielen, damit der Curry reinkommt und dann können wir vielleicht einmal Suchen und Zerstören Ich habe gerade versucht reinzukommen, es hat nicht funktioniert Hä? Ne Mal den Map Fringe Fringe, ist das nicht eine Serie? Ja, ja, ProSieben Osama bin Lagging Typisch COD Oh Gott, ey Zwei Leute haben schon verlassen, weil die Leute das Spiel, die installiert haben Das Geile war, als ich das Spiel bekommen habe, ich habe ja diese, diese, äh, Hülle bekommen, ne, mit CDs drin Da waren einfach sechs CDs drin, die musste man alle nacheinander installieren, das war total schön Boah, ich habe mir das einmal bei Steam runtergeladen, ey Ja, warum hast du nicht einfach den Key angegeben und hast es dir runtergeladen, ging ja viel schneller Ja, ich musste es ja über Steam installieren, aber ich möchte trotzdem Ja, ja, du kannst einfach, ne, ne, du kannst einfach den Key nehmen, der da drin ist und den runterladen Ja, sicher? Ja Ja Na gut, dann habe ich es umständlich gemacht Ich wollte mir COD verdienen, weil es ja so geil ist Es ist ja Wahnsinn Ja, ich finde das Spiel, also wenn man, wenn man so ein bisschen länger spielt und man hat so ein bisschen, äh, äh, ein bisschen Bisschen, ja, was hat man denn? Ja, ein bisschen so das Feeling dafür, dann macht es auch Spaß, aber es gibt auch Tage, da hast du nicht das Feeling und dann wird es einfach nur zu stören Ja, ich glaube, ich habe nie das Feeling Ach, du bist im Gegnerschnitt-Team, du kleiner Penner, oder was? Ja, ich habe nichts gemacht, ich habe keine Ahnung, was ich hier, hä, ich bin doch geil Ach ne, wir sind in einem Team, Mann, ja Guck mal, ich habe die Kinetic-Rüstung Das ist ja toll Kinetic-Rüstung Ich bin Sperber Ja, das ist die einzige Klasse, die ich frei habe Ich bin Level 1, Mann Jo, Lobob Okay, wenn ich jetzt mehr Kills habe als du, was kriege ich dann? Okay, dann, äh, dann musst du morgen in die Sendung kommen und kriegst von mir Dann muss ich morgen in die Sendung kommen, weil die Leute auch voll Bescheid wissen, weißt du, weil die Folge dann auch in zwei Wochen erscheint Achso, ja, man kann ja mal ganz gut sagen, liebe Freunde, während wir hier gerade am Shooter-Spielen sind Morgen, äh, nicht morgen, Mittwoch, ich weiß gar nicht, wann diese Folge überhaupt rauskommt Also, sollte morgen Mittwoch sein, dann wisst ihr Bescheid Ähm Oben am Fenster, Mann Ach, ihr lebt noch Scheiße Also, am Mittwoch gibt es ein großes, großes Battlefront-Special bei Science of Gaming Rund vier Stunden werden wir zocken, Mann, Alter Und, Leute, gehen mir jetzt schon, gehör ich auf den Sack hier Alter, ich bin gerade geflogen, Mann Und, äh, es gibt auch ein richtig dickes, fettes Gewinnspiel Also, keine PS4, sondern etwas, worauf ich sehr neidisch bin, was wir gewinnen können Und das ist wirklich mega nice Ja, äh, aber dazu später mehr Ja, wir können dann einfach die Sendung gucken um 20 Uhr Mittwoch auf Twitch Also, das wird der Hammer Ja, natürlich Ein Tag vor Release Okay, der originale Kevin ist da beim Einsatz Weißt du, was geil ist, du spielst zwei Minuten und hast direkt keinen Bock mehr Weil einfach irgendjemand, der macht dann Moves Der kommt so um die Ecke gesprungen, wirft eine Granate und fliegt wieder weg, so, ne Ja, geil, Mann Vor allem, es gibt so, so Special Moves, ne Da kannst du so mit Aggressionen hast du dann irgendwie, da kannst du so auf den Boden stampfen Und tötest dann auf einmal irgendwie acht Leute gleichzeitig Ja, hab ich gesehen mit so, mit so zwei Pieksern oder sowas, ne, war das Ja, oder Messern oder, oder, weiß ich nicht Auf jeden Fall, wenn ich, überfordert mich das Spiel irgendwie, weil hier überall Leute rumfliegen Ja, du musst dich, du musst dich, du musst dich, du musst dich, du darfst nicht rushen Du musst dich, du musst dich einfach anfassen, hab ich gelernt Ja, aber ist COD nicht rushen und wegballern? Geht inzwischen, es geht Wenn du, du musst erstmal die Maps auswendig kennenlernen, das ist so Alles klar Das hat man mit Level 14 dann schon drauf, oder was? Ich gehe Level 14 schon? Ja, du, du bist Level 14 Doch, kein Doch Ich hab's voll gesehen, gerade Da, ich seh dich Guck mal hier Guck mal hier Guck mal, wo ist denn jetzt? Guck mal zusammen Gameplay hier, komm mal mit Wollen wir mal? Ja, ich bin tot Geiles, geiles Gameplay Junge, das war ne beste Kombo aller Zeiten Ey, hier ist einer Ey, was hab ich jetzt gemacht? Achso, ich hab's einge... Oh mein Gott Das passt einfach so Weißt du, das Geile ist so die COD Werbung, weißt du, dann so Kennen sie schon Kevin? Ja Weißt du, die nehmen natürlich Kevin so den übelsten Klar Spackennamen überhaupt Ich war letztens beim Saturn Und dann hab ich so die Zielgruppe von COD gesehen Ey, Junge Jogginghose auf halb 15, weißt du? Boah, geil Aber natürlich sind die Zocker so von COD Aber es hat einfach so gut gepasst Muss man einfach sagen Weiß aber nicht, was das ist Alle Zocker von COD haben auch den Codenamen Aktive Spritzer Ja Schöne Grüße an Montana Black in dem Fall Alter, was ist da denn los? Boah Diese eine, die mit der... Wie rutscht man eigentlich, weißt du das? Mit C Mit C Boah Ah, hier ist er doch Geil! Oh, ich hab... Warte, ich hab... Komm, wir hier mal A holen Hey, wo bist du? Hier, ich bin hier vorne Mach mal wieder Gameplay jetzt, oder was? Geil Okay, pass auf, man Pass auf, wir hüpfen jetzt hier hoch Links, rechts, rein, noch Ich komm mit Dann dahinten, dahinten, komm her Ja, ey Da ist noch einer, da ist noch einer Das sind ganz viele, man Da ist drauf, wir holen uns A Wir müssen da hin Wir müssen A holen Okay, wir holen uns A, von hinten Beschuss! Hinterm Auto Hä, wo bin ich denn denn geflogen? Alter, was war das denn? Hä? Teppich, Teppich mit Bo... B... Der hab ich mit dem Bogen abgeschossen, hast du... Alter, ich hab auch den Bogen Ja, den hast du auch Achso, den krieg ich jetzt gleich Boah, ich muss das Spiel erst lernen Oh, oh, fast ein Kill, aber der ist weggerannt Hä? Warum laufe ich nicht? Du nimmst das doch auch grad hier auf, ne? Ja, ich versuch's Okay, dann müsst ihr beim Herrn Currywurst am Kanal gucken Warum kann ich jetzt nicht mehr... Warum konnte ich jetzt grad nicht V drücken? Äh, F mein ich Hä? Da, Dennis ey, yo Was geht? Komm, wir machen Gameplay Komm, wir gehen nach... Komm, wir gehen nach... Da, war B Alles klar, Mann Boah, Headshot Das ist noch einer, das ist noch einer Wo, wo, wo? Hinterm Auto? Hinterm LKW Ich hab ihn! Nice, Mann, komm mit dem B ein, Alter Go Okay, wie bücke ich mich? Da ist grad einer vorbeigerannt Steuerung Ich hab meine... Boah, Dennis, ich hab einen Bogen, ne? Hast du gesehen, die Granate? Warte, hinter uns ist doch Gameplay Oder nicht? Hier, hinter... Wir gehen mal hier oben in die Scheune, Mann Ey, da hinter... Hinter mir ist noch... Ich bin tot Ich hab mich hinter... Von der Scheune geholt Ja, genau Ja, ich bin eliminiert, Mann Wegen Killer Okay, warte, ich versuch's nochmal Oh nein, nicht diese Dinger Hey, was denn? Was passiert hier? Hier gibt's immer so... BB-8 nenne ich die immer So komische Kugeln Ja! BB-8 Hä, was ist denn das? Der I! Das sag ich ja Hä? Was ist das denn? Was ist das denn? Scheiße Kommt erst mal so Traktorreifen angerollt Das ist echt so Das ist echt so Da ist schon wieder Ey, die musst du zerstören, wenn die auf die losfahren Ich bin hinter dir, Mann Ich bin hinter dir Was ist das für ein Spiel? Da vorne, da vorne, da vorne Da Traktorreifen! Vorne, da vorne Oh, oh Ich hab die Traktorreifen abgeballert Oh komm, wir holen uns C Da vorne am Fenster ist einer Okay Oh, oh, hol den Hat der Emmerladen, Mann Ja, nein, ist der tot Sehr gut Hey, C, 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 C Hey, ich kann... Achso, ich schreibe Hä? Ich hab grad geschrieben Wo ist denn? Wo, wo, wo? Ach, da bummst ich doch Ey, warum tippe ich denn immer? Hä? Was passiert jetzt mit mir? Warum verbrenne ich? Hä? Was du denn? Ganz ehrlich? Ja, ich weiß es nicht Oh, wir haben gewonnen Ja, toll Durch kuriose Zustände haben wir tatsächlich gewonnen Ich hab ganze drei Kids gemacht Aber du bist denn mit zwei? Ja, immerhin, hallo, ich bin gestiegen, Mann Mir kann keiner das was erreichen YOLO Wie schreibt man denn? So Halbzeit Ach, Halbzeit, okay, Seitenwechsel, jetzt geht's los, Mann So Warte geht's Idiots Die besten Video Wie ist da geschrieben, Mann Hade Okay, warte, äh Jetzt, jetzt lege ich's richtig los, pass auf Okay Okay, wo ist Gameplay? Komm, wir gehen nach B Alles klar Ah, da vorne Boah, Alter Hä? Ich muss erst mal laufen Boah, ich stehe meinen Bogen, Alter Das war ich übelste Assasside-Action Du hast dein Herz getippt, warum? Komm her Komm her, Mann Komm her, Mann Komm her, Mann Komm her, Mann Ich mach Bogen-Action Nein Boah, Alter, man hat nen Bogen Ja, Mann Ich versuche, ich versuche jemanden damit zu killen, bitte Das muss mal gelingen Irgendwas Ach, da legt er sich hin, der alte Klingel So, warte Ähm Okay Hey, wie fliegt denn der Bogen, bitte? Was ist denn das? Ja, der doch nen Dings Anziehungskraft, Mann Ach so Das ist ja einfach wie Der übersüchtete Wissen Ach, ich muss den erspannen Ja, gut, dann erklärt natürlich einiges Zack Den hab ich mal weggeholt, da Ja Oh, wo willst du denn hin, mein Freund Ach, dieses scheiß BAM Hey, sind die Granaten auch magnetisch, oder was? Scentex gibt es, ja Ja, aber ich hab das Gefühl, die Granaten fliegen dann zum Gegner hin Äh Also, oder mein Wurf war einfach grad nur Killer Das kann natürlich auch sein Okay, wir haben ne Drohne Boah, zack, noch nen Kill Jetzt lege ich richtig los, bin trotzdem letzter Hä, was ist jetzt los? Da rollen Traktorreifen Von uns aber diesmal Ey, wir sind grad gut dabei, ey Oben im Haus Oben im Haus Oh, komm her, jawoll Ich schreib schon wieder Was machst du denn da immer? Ja, ich komm immer auf T Wenn ich reladen will Ach da, ey, nein Wir müssen B holen, weil Wir haben grad 128 zu 126 An sich Wenn man das ja erstmal so spiegelt Kommt's hier rein Einfach so totaler Brainfuck Einfach Weil irgendwas passiert Ich find das auch, der Du wirst voll überladen, ey Ach Ach, dann bumm's ich den doch Boah, ich hab ihn Ich hab ihn Dennis, ich hab ne Drohne Was ist hier denn los? Da musst du Taste 3 drücken, Mann Echt? 3? 3 Okay, Drohne ist raus Boah, Alter, was ein Gameplay, Mann Ey, wo willst du denn hin, ey Der ist irgendwo einer Hä? Oh, im Haus Bei mir fliegt alles um die Ohren hier, wenn du spielst Ja Wann auch grad irgendwo einer Warte mal, wo ist der denn jetzt hin? Danke Oh, von hinten Hä, warum bin ich rot? Der verletzt bist? Verletzt? Neh, meine Waffen war grad Rot! Boah Ja, klar, du alter Sack, du Okay, jetzt wollen wir mal loslegen Oh, 146, 144 Jetzt müssen wir das B und Wir verlieren A Ja, Mann, Alter, was bin ich Wo bin ich Was? Jabber? Ich bin irgendwie über die ganze Web geflogen Ah! Fuck Okay 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 Ich, ich kann's noch schaffen Oh Mann, die haben jetzt tatsächlich auch A, oder was? Ne, jetzt wollen wir noch C Zack, wir haben C Aber die haben A geholt Egal Okay, ich muss meinen Bogen spannen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Dann werde ich die Feile in den Kopf jagen, Mann Jo, Mann, okay Müssen das jetzt hier noch rocken Müssen das jetzt hier noch rocken Aua, was war das denn? Der war nice Oh, wo, wo Jetzt gebe ich mal die ganze KD her, hier Oh, was passiert hier? Oh Gott Ich 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 glaube, wenn man den Bogen auswählt, ist man einfach nur im Nachteil, ey 154 Okay, Gabe B Ja, ich bin dabei Oh, gar nicht Oh, fuck Okay Okay, wir haben B Von wo, von wo? Hast du den? Ja, ja Alter, da kommt noch jemand Ja, ich wollte es gerade sagen Okay, ist tot Ist tot Also was die Rüstung Die Rüstung bringen soll, weiß ich auch nicht Oh, ja, natürlich Kommt dann mit seiner Peng Peng Ja, Level 15, Mann Geil, Mann Oh, wir haben alle Punkte Was ist hier denn los? Ey, wir fühlen wieder, was ist jetzt los? Jo, Mann Easy hole ich auch wieder auf Easy gone Easy game GG GG, easy game, well played Okay, ich komme Unterstützung Oh, die komplette Armee ist dahinten Ah Jawoll Oh, was war das denn? Es ist So, wollen wir noch einen? Komm her Was? Okay, das war schlecht Aber es kann passieren Es kann passieren Ich bin ein Soldat in der Ausbildung Boah, den habe ich nicht gesehen Den habe ich nicht gesehen Den alten kleinen Halunken da Okay, kein Stress Wir führen BB-8s wieder hin unterwegs Ja, cool Easy Easy Das haben die Pros super gemacht hier Ja Ja, kein Problem Ey, ich habe, guck mal, ich habe elf Eroberungen, Alter Ich habe die meisten Eroberungen von allen Weil die Leute nur auf KDs aus sind, Mann Aber ich auch Ja, das ist ja, mit KDs ist ja nichts Neues Aber gut, wir haben gewonnen CG, Mann Ja, die nächste Folge gibt es dann morgen, liebe Freunde, ihr Freund GG, Alter Ihr wisst ja, jeden Tag gibt es dir Boah, Alter, guck mal, du bist dritter Jo, Mann Geil, ich bin immer irgendwie nur dritter Follow Also, wir sehen uns wieder Warum bin ich eigentlich so eine komische Frau So, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge Die gibt es dann wie gesagt Morgen Schaltet ein, macht einen Daumen hoch Und guckt beim Curry sein Gameplay unter diesem Video verlinkt Ja, unser Gameplay, wenn man das zusammen guckt Das ist einfach der Wahnsinn Bis dahin, bau 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 bau